Es wird wie immer ein dunkler Schatten über diesem Duell liegen. Für den Kicker schreibt Andreas Möller diese sehr und jene I.N. Kolumne. Der nicht gegebene Elfmeter für Deutschland gegen Spanien stößt den Gewinner der Europameisterschaft von 1996 sauer auf. Dennoch sieht er viel Positives in dem Betreten der Bühne der Deutscher Fußball-Bundelf bei dem Heimturnier und tut sich in diesem Fall schwer. Spanien gegen Frankreich an dem Dienstag in München, England, Niederlande an dem Mittwoch in Dortmund. Vier Große des europäischen Fußballs kämpfen, weil den Beschlagnahme in dasjenige I.M. Endausscheidung an dem kommenden Sonntag in Berlin, sich auf einen Titelfavoriten festzulegen. Ein eindeutiger Titelfavorit ist aufrecht hinter besagten vier spektakulären Viertelfinals diese auf sehr hohem Prätention ausgespielten I.M. nicht auszudeuten. Deutschland ist leider und auf eine tragische Modus ausgeschieden. Oder, als zusammen mitgeschrieben, der sensationelle Fehler von Taylor belastete den Spielverlauf, da er ein klares Handspiel von Cucurilla in dem spanischen Strafraum nicht sanktionierte. Seit der Wahr einrücken kann, ist dasjenige Glücksspiel noch viel komplizierter geworden. Dieser verweigerte Elfmeter wird für immer denn dunkler Schlagschatten extra diesem dramatischen Zweikampf liegen. Bei einem so deutlichen Handspiel als dasjenige von Marc Cucurilla bei dem Torschuss von Jamal Musiala hätte es einen Elfmeter beliefern müssen. Seit diese und jene Regeln geändert worden sind, der Wahr einrücken kann, welches er in diesem Sturz nicht getan hat. Und ein Chip in dem Ball wenn schon eine minimale Umgang anzeigt, ist dasjenige extra Jahrzehnte einfache Glücksspiel noch viel komplizierter geworden. Die Verhältnismäßigkeit in welchem Fall ein Handspiel in dem Strafraum den Elfmeter beurteilt wird, ist nicht mit höherer Wahrscheinlichkeit verständlich und macht alle verrückt. In der Gegenwart diskutieren wir extra unnatürliche Überzeugung oder dass der Arm auf dem Trajektorie zurück zu dem Körper war. Oder extra den Kante des Abstandes zu dem Körper und dasjenige wenn schon zusammen mit einem Schuss, der aufs Treffer gegangen wäre. Zur Erinnerung, eine Woche davor gab es Elfmeter für Deutschland bei dem 2 zu 0 in dem Runde der letzten 16 gegen Dänemark. Bei der Flankenball von David Weltall toschierte Joachim Andersen den Ball, sehr wenig merklich mit den Augen, an der rechten Aspekt des Strafraums. Der Chip in dem Ball zeigte eine minimale Umgang an, der war schritt ein, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter. Ich erwähnte an dieser Stelle, dass diese und jene große Enttäuschung der Dänen nachvollziehbar ist und hinter dieser abstimmen wir noch heute meist emotional diskutieren würden, so wie es in dem Umkehrfall Deutschland betroffen hätte. Der Interpretations-Spielraum ist viel zu groß. Deshalb muss dasjenige Reglement dann in diesem Fall in flehendem Tonfall überarbeitet werden. Aufrecht für diese und jene Millionen Fußballer und Fußballerinnen auf der Welt ganze muss Transparenz her, als zusammen mit einem Handspiel in dem Strafraum grundlegend wird. Der Deutsche Fußballbund sollte alles unternehmen, dass Kroos mit seiner unglaublichen Erlebnis in anderweitig Art und Weise an dem Ball bleibt, in welcher rechtseindeutige Relation sogar immer. Harm von Toni Kroos von einem weiteren großen Anrede wurde abrupt beendet. Für sein in dem Februar erklärte Engagement zu der Wiede-Auflebung in das Nationalteam verdient er heute großen Achtung und hohe Dankbarkeit. Er hat der Nationalmannschaft einen mächtigen Drive gegeben. Er war der Schlüssel dafür, dass wir in dasjenige Runde der letzten Acht gekommen sind. Der Deutsche Fußball, der Deutsche Fußballbund, sollte alles unternehmen, dass Kroos mit seiner unglaublichen Erlebnis in anderweitig Art und Weise an dem Ball bleibt, in welcher rechtseindeutige Relation sogar immer.